Hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und herzlich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so eine kleine Folge aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu will ich wieder ein bisschen Gold raushauen. Diesmal habe ich ein paar Items gefunden und zwar auf, ich glaube Trenor müsste das sein, jetzt machen wir das mal alles zu hier. Und da habe ich zwei Items, die interessant sind. Einmal Schlammfröschl-Fetisch, das ist ein Trash-Item aus dem Schalachroten Kloster. Hier für 198.000 drin. Und ein weiteres Item, eins hier removed ist, die Schildhand. Und die ist einmal für knappe 200k drin. Beides auf Trenor, die würde ich mir ganz gerne kaufen. Und ja, da würde ich sagen, traden wir mal ein bisschen Gold drüber. Was müssen wir da machen? Ich glaube 400 knapp. 398 müssten es sein, wenn ich mir jetzt nicht ganz verzählt habe. Ah, warte mal, das ist der falsche Char. Der andere ist jetzt da noch unten. Moment. Ich habe noch den falschen in der Gruppe. Ich bin ja mit vier Accounts teilweise unterwegs. Also, Tela Gold oder Tela G. Trenor ist das, glaube ich. Ne, das ist der falsche. Jetzt müssen wir mal gucken, dass ich nicht den falschen hier einlade. So, jetzt probieren wir es nochmal. Trenor, das müsste dann der richtige sein. Ah, jetzt haben wir ihn. Wunderbar. Also, zu dem flattern wir jetzt mal runter. Und dann kriegt er einmal das Gold. 390.000. Ihr merkt schon, da geht gleich am Anfang ein Haufen Kohle raus. Aber das sind schon ein paar seltenere Sachen. Und, ja. Jetzt gucken wir mal, dass wir die einmal kaufen. Oder wir mounten da versehentlich auf. So, nochmal hier. Okay. Also, mount rausholen. Und dann haben wir einmal den Fetisch. Und einmal den Balk. Gut. Dann gucken wir gleich mal Postkasten. So, Tela. Jetzt muss ich mal schauen. Das Schild kann ich auf jeden Fall nicht mit meinem Main lernen. Aber die Schildhand. Und vor allem jetzt die Schildhand ist halt ein sehr, sehr seltener Drop. Wo ich mich echt freue, dass ich den für unter 200k gekriegt habe. Seht ihr, hier sagt er mir, Durchschnitt der Auktionsausbrau ist 8 Millionen. Also, der ist relativ selten drin. Und da zeigt er gar nichts an, weil das auch sehr, sehr selten drin ist. Gut. Jetzt lernen wir es mal. Teil Nummer 1. Und dann würde ich sagen, tragen wir es auch gleich mal in die Liste ein. Wo haben wir sie? Also, hier. Das haben wir gekauft für 198.000. Hier habe ich übrigens noch Silver Moan und Rot stehen. Hat den Hintergrund, ich bin noch an einem Teil am mitbieten. Ähm, ja, war glaube ich aus der letzten Folge auch noch. Und bis jetzt ist es nicht ausgelaufen. Ich hoffe immer noch, dass ich es quasi gewinne. So, dann schmeißen wir jetzt hier mal das Teil aus dem Kloster raus. Das haben wir ja eben gelernt. Und seht ihr, jetzt sind es nur noch vier Sachen aus Uldermann. Eins aus dem Kloster und eins quasi aus Burg Schattenfang. Also, so langsam werden die Classic Sachen damit ein bisschen weniger. Was mich natürlich echt freut. Gut, und das Schild hatten wir ja ziemlich genau für 200k gekauft. Das schicke ich jetzt mal auf meinen Worry. Dass wir das da einmal lernen können. Hm, das ist der Char hier. Und das ist halt, ja, einfach ein removedes Teil, ne. Das man aktuell im Spiel nicht mehr kriegen kann. Und das ist natürlich auch schön, dass wir das einmal aus der Liste raus haben. Gut, also das schmeißen wir auch weg. Und ja, jetzt wird es langsam weniger. Insgesamt 149 Items noch, die ich holen kann. Halt plus alle removeden, ne. Die sind ja natürlich auch mit drin. Also ja, so langsam wird es übersichtlich. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. So, als nächstes bin ich jetzt auf Dentiger unterwegs. Und hier habe ich die Haut-Drauf-Keule gefunden. Für genau 50.000. Und ich würde sagen, die kaufen wir uns hier einmal. Und, ähm, die müsste ich dann auch mit dem Main hier gleich lernen können. So, das traden wir gleich mal rüber. Also hier die Haut-Drauf-Keule. Einmal handeln. Und dann lernen wir sie auch. Wunderbar. Und dann kommt es auch noch in meine Liste mit rein. Wo haben wir sie denn? Ah ja, da haben wir sie. Also hier 50.000. Und hier müssten wir sie dann auch irgendwo mit drin haben. Moment, ich habe die sogar zweimal drin. Moment, da stimmt was nicht. Hier löschen wir sie mal. Wo ist sie noch? Ah. Warum ist denn die da nochmal drin? Moment. Aber hier ist sie irgendwie auch zweimal. Oder hat er die jetzt in dem anderen gefunden? Okay, ich bin verwirrt. Jetzt löschen wir sie hier nochmal raus. Ah, hier unten ist sie nochmal drin. Okay, bei den removeden Sachen. Gut, jetzt war ich kurz verwirrt. Also schmeißen wir sie da auch raus. Und dann gucken wir einmal weiter. So, kleiner Einschub noch hier. Ich bin gerade auf Silbermond. Und zwar habe ich aus dem letzten Teil das Item gewonnen. Da hatte ich ja hier auf dieses Item aus dem Mausoleum geboten für knappe 100k. Das war jetzt irgendwie zwei Tage drin. Nur 48 Stunden hat er das eingestellt gehabt. Deswegen war das nicht mehr im letzten Teil drin. Und ja, abgebucht ist es quasi schon in meiner Liste. Ich wollte es euch bloß zeigen, dass ich es tatsächlich gewonnen habe. Im Normalfall ist es hier anscheinend für eine knappe halbe Million drin. Und ja, jetzt konnten wir es tatsächlich für 100k quasi holen. Gut, das kann ich jetzt dann auch noch zu meinem Main rüber traden. Beziehungsweise den muss ich vorher noch einladen. T-La-Blackmore. Und dann, ja, kann ich das rüber handeln. Beziehungsweise dann halt auch auf meinen Twink schicken. Dann können wir nämlich eventuell zwei T-Mocks kriegen. Zum einen natürlich das T-Mock von dem Item. Und dann auch noch ein Set-Teil. Jetzt muss ich mal gucken, das ist ein Ketten-Ding gewesen. Heißt, wir schauen mal, wie es mit meinem Shami aussieht. Ob der dementsprechend da ein Set bekommt. So, schicken wir das mal rüber und dann gucken wir mal. Gut, dann bin ich auf meinem Schamanen. Jetzt können wir erstmal das Teil hier einmal lernen. Oh, ah, Older Things spinnt wieder rum und macht keinen Sound. Okay, soviel dazu. Jetzt schauen wir mal, ob wir da dann auch noch ein weiteres T-Mock rauskriegen. Ja, hier unten steht durch anderen Gegenstand erlernt. Oben wird ja eigentlich nicht gelernt stehen. Aber wie gesagt, Older Things hat mal wieder den Bug, dass es beim Laden hier nicht will. Aber naja, jetzt haben wir halt keinen Sound. Aber einen T-Mock gibt es trotzdem. Und dann ziehen wir das wieder an. Das Ding kann dann quasi weg. Ich muss mal gucken. Ich glaube, sonderlich viele Set-Teile habe ich da nicht. Obwohl, drei aus dem HC habe ich schon. Gut, jetzt schmeißen wir das bloß auch noch aus meiner Liste raus. Eintragen tun wir es jetzt nicht, die 100 Cover. Wie gesagt, das hatte ich ja letzte Woche schon gemacht. Beziehungsweise, wir können jetzt hier diesen Silbermond-Ding rausschmeißen. Also das kann weg. Und hier können wir wieder weiß machen. Hatte ich mir so als kleinen Marker noch gesetzt, ne? Dass ich das nicht vergesse. So, das war jetzt quasi hier die... Äh, das hier war es, ne? Lupin. Ich glaube, jetzt gucke ich mal. Nicht, dass ich nur irgendeinen Kacksack. Äh, Lupins. Genau, das ist es gewesen. Ah, also das können wir rausschmeißen. Und ja, jetzt brauche ich quasi nur noch diese Kapuze. Einmal aus dem HC und einmal aus dem Mythic. Dann wären wir auch mit Shadowlands durch. Ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich das ja noch die Tage. Als nächstes bin ich jetzt auf dem Server Darkmoon Fair. Und hier habe ich zwei nette Items gefunden. Und zwar einmal Stachelholzbowle. Und zwar für 50k. Und dann Treibholzast ebenfalls für 50k. Und ich würde sagen, die beiden holen wir uns einmal. Und jetzt können wir sie gleich mal aus dem Postkasten rausholen. Ich glaube, die müsste ich auch direkt mit dem Main lernen können. Ja, sind beides quasi Items, die ein Dread tragen kann. Also traden wir das mal rüber. Und lernen sie gleich mal. Nummer 1 und Nummer 2. Okay, der Sound hat sich überlagert, aber T-Mock habe ich bekommen. Das ist ja das Wichtigste. Und dann gucken wir, dass wir sie in die Liste mit eintragen. Also, hier haben wir die Liste. Erstmal schmeißen wir das erste Ding raus. Da unten haben wir es schon. Das fliegt raus. Ihr seht, das wird jetzt hier langsam schon wesentlich weniger. Und wir tragen es hier natürlich auch ein für 50k. Und das zweite Item ist der Stab. Und der kommt natürlich auch hier in die Liste rein. Ebenfalls für 50k. Und auch den schmeißen wir raus. Ah, guck mal, den haben wir hier unten. Und ja, jetzt müssten es eigentlich schon relativ wenige Items sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, jetzt mal gucken, ob das hinkommt. All the things müsste ja bei dem nicht backen, oder? Ah, 9 und 8. Ah, ich glaube, 1, oder? Passt das? Ich weiß jetzt nicht genau. Irgendeines habe ich jetzt hier nicht mehr drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wo habe ich da 9 drin? Moment, ich habe irgendwas nicht rausgeschmissen. Jetzt müssen wir aber mal gucken, was da fehlt. Oder machen wir es so. Ich gucke mal und sage euch dann, was ich hier quasi noch berichtigen kann, dass das Video nicht allzu lang wird. Okay, jetzt nach mehrfachem drüber schauen, habe ich es gecheckt, was das Problem war. Und zwar hatte ich bei den östlichen Königreichen mir ja schon mal den Todmannsdolch gekauft. Und bei dem ist es so, dass man den aktuell nicht lernen kann. Du kannst ihn quasi, wenn du ihn verkaufst, dann checkt zwar all the things kurz, dass du das Ding hattest, aber das speichert es dann nicht vernünftig, weil man das auch im T-Mock-Reiter nicht lernen kann. Das ist ein bisschen dumm, das Item. Da habe ich schon Gold reingewastet für nix und wieder nix in das Teil. Und das hatte ich damals ausgetragen, natürlich, aus meiner Liste, als ich es mir gekauft habe. Es hat aber dann nicht als T-Mock gezählt und dementsprechend ist er noch drin. Also jetzt bin ich dann auch quasi draufgekommen, wo das Problem liegt. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir weiter. So, Rudela, dann bin ich auf Draenor noch unterwegs. Und hier habe ich ein Ketten-Item gefunden, blutige Kettenstiefel für 30k. Die würde ich sagen, kaufen wir uns einmal raus. Und weil ich ein faule Stück Punkt, Punkt, Punkt bin, stelle ich mir jetzt hier einen Briefkatzen auf, keine Lust da hochzufliegen. Und das traden wir dann auch einmal rüber. So, jetzt schauen wir mal. Langsam wird es wirklich schwierig, die restlichen Items noch zu finden, ich sage es euch. Gut, also das kann ich mit dem schon mal nicht anlegen. Ich bin mittlerweile schon so, ja, 30 Server, würde ich sagen, bin ich am Durchloggen jeden Tag. Also, schon ein bisschen Aufwand. Aber dann finden wir immer noch das ein oder andere Günstige. Und jetzt gucken wir mal. Ah, guck mal, unten haben wir das Teil. Das kicken wir auch raus. Das sind jetzt nicht mehr so viele. Und jetzt muss ich wahrscheinlich mit dem Preis dann demnächst ein bisschen hochgehen, dass ich noch sinnig quasi was finde. Gut, und das schicken wir dann auf den Twink, dass ich es lernen kann. Als nächstes bin ich auf Archendorn unterwegs. Und dort habe ich jetzt auch nochmal ein bisschen im Auktionshaus gescannt und ein paar Items aufgetan. Das sind nochmal einige, die jetzt hier mit 1017 dazugekommen sind, also beziehungsweise wieder reingekommen sind. Und da ich jetzt alle möglichen Server heute mal wieder durchgeloggt habe und ja, eigentlich preistechnisch nichts mehr dabei war, was unter 50k ist. Gehe ich jetzt ein bisschen hoch. Sagen wir mal, wir kaufen jetzt alles bis 100k auf. So die letzten paar Items scheinen relativ selten zu sein. Jetzt auch ein, zwei Monate nachdem das Ganze released worden ist. Deswegen gehen wir ein Stück hoch und kaufen uns hier den Ghoulfangzahn für knappe 70k. Dann Fleischschnitzer oder Schlitzer für 75k. Dann Würrenschwanzstachel für 80k. Und für 94k Schwarzgriffklinge. Dann zumindest alles bis 100k. Das sind vier Items. Die holen wir jetzt mal raus. Und dann würde ich sagen, trage ich sie gleich mal ein. Wo habe ich meine Liste? Ah, da haben wir sie. Okay. Also ich würde sagen, die kopieren wir jetzt alle einmal rüber, dass wir schon mal die Werte zumindest haben. Also, das waren jetzt 94. Moment, ich zeige es euch mal. Also 94 haben wir hier. Und dann gucken wir... Hier habe ich die zweimal drin. Hm, das ist sonderbar. Ah, das ist auch eines von den Items, die in dieser Kiste drin ist. Interesting. Das wusste ich gar nicht. Ich muss dann mal nochmal gucken, ob es dieselbe ID ist. Aber wahrscheinlich, ne? Gut, dann können wir das einmal hier rausschmeißen. Und einmal hier. Ah, da haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe quasi geschlagen. Gut, das ist jetzt das Erste. Dann, ähm, dafür haben wir ausgegeben, wie viel? Ähm, 80. Also, jetzt gucken wir mal, wo wir das Teil haben. Naja, manchmal hat man so Überraschungen, das sind ja quasi wieder eingefügte und das Waren scheint aktuell noch in der Kiste zu kriegen. So, dann, was haben wir noch gekauft? Dann war es die Axt hier. Halt, das müssen wir rausmachen. So, jetzt haben wir das Richtige. Und das warten wir für 75. Ja, da geht natürlich jetzt hier der Gesamtbetrag schon relativ schnell nach oben, ne? Wenn die Sachen so teuer werden. Aber dafür, ähm, wird die Liste hier immer kürzer. Und das ist auf jeden Fall schön zu beobachten. Bald bin ich quasi fertig mit den Dingern. Dann werde ich auch ein bisschen seltener scannen, weil es kostet schon mal ein bisschen Zeit, euch alle möglichen Server durchzuloggen. und diese ganzen Sachen da einzutragen. So, was, was war das? Ich glaube, das war jetzt nochmal um die 70, ne? Hat das letzte Item gekostet. Jetzt gucken wir nochmal nach, dass ich nichts falsch ist. Genau, um die 70. Okay, mit den vier Items sind wir jetzt fast bei 900.000. Ja, krass. Ja, krass. So, und dann, ähm, hätte ich gesagt, traden wir so noch einmal rüber, dass wir die dann auch lernen können. Äh, bis auf die Axt und das Schwert müssen, ja gut, die zwei Däuche, die kann ich jetzt gleich schon mal anlegen. Ah, also das Ding hier. Dann das Teil können wir auch. Und die beiden muss ich dann rüber schicken. Äh, jetzt können wir gleich schon mal schauen. Ich habe ja all the things hier offen. Ähm, wo ist denn das andere drin? Ich glaube unter Weltbeute. Ah, seht ihr? Jetzt ist hier diese ramponierte Plünderkiste auch raus. Na, wunderbar. Ich muss vielleicht einmal updaten kurz, dass das rausfliegt. Wunderbar. Dann ist da auch nochmal eins rausgeflogen. Okay, klar, die beiden muss ich jetzt nur lernen. Die schicke ich dann am besten auf einen Warrior oder so. Aber seht ihr? Jetzt ist das da schon auf 7 und 7. Dann gehen nochmal zwei raus. Dann sind es nur noch insgesamt 12 Items. Also langsam, äh, geht's dem Ende. Zu mit den Sachen. Gut. Dann schicke ich die jetzt nochmal im Krieger rüber. Wollen wir sie? Da ist er. Gut, und dann gucken wir mal. Als nächstes bin ich auf Norgon unterwegs. Und dort habe ich einen Stab gefunden. Und zwar geringer Stab der Spitze. Kostet hier knappe 100k. Das ist auch wieder eins der 1017 Items, die wieder quasi eingeführt worden sind. Und ja, mittlerweile bin ich hier hochgegangen auf die 100k. Kaufen wir den einmal hier raus. Und dann packen wir gleich wieder den Briefkasten aus. Wo haben wir den? Ah ja, gut. Und dann können wir den Main hier gleich rüber traden. Denn Stäbe kann ich mit dem Druid auf jeden Fall lernen. Und dann müsste es wieder ein Item weniger werden. Gut, hätten wir das gelernt. Und, 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 dun, hoi. Ah, irgendwie hat gerade was gebackt, dass ich ihn nicht rausposten konnte. Tragen wir den auch hier einmal an. Also, dafür haben wir 100k ausgegeben. Und dann gucken wir, wo er hier ist. Ah ja, da haben wir ihn. Lassen ihn raus. Und erst die Königreiche sind jetzt nur noch drei Items. Dann sind wir als nächstes auf Raven's Crest unterwegs. Und hier sind jetzt zwei Items noch unter 100k. Das eine ist blutige Pyritstulpen. Und das ist ein Removed-Aus-Item, ehemalig in Kataklysm herstellbar. Und das will ich mir auf jeden Fall kaufen für 100k, wie ihr hier seht. Und das andere, kleiner grüner Dolch, wäre jetzt zumindest im neuen Rahmen. Aber ich meine, ich habe das die Tage schon irgendwo günstiger gesehen. Also, da lassen wir jetzt erst mal noch die Finger von. Aber hier das Cutter-Item, das holen wir uns jetzt mal. Und auch das können wir einmal rüber traden. Das hier ist ein Plattenteil. Also, das kann ich auf jeden Fall schon mal mit dem Druid nicht lernen. Aber das schicken wir dann einfach weiter, hätte ich gesagt. Gut, eintragen tun wir schon mal. Und dann müssten wir eigentlich auch die Millionen schon geknackt haben. Jetzt ziehe ich euch das mal noch rein. Also, wo haben wir denn das Ding? Das ist hier unten bei den Removeden-Teilen. Das schmeißen wir einmal raus. Und dann tragen wir es hier auch noch ein für 100k. Und dann sind wir bei einem Endstand von 1.000.000 und 97.000 Gold. Also fast 1,1 Millionen. Waren jetzt nicht sonderlich viele Items. Aber ihr merkt schon, da werden die ganzen Sachen schon recht hochpreisig. Und dementsprechend, ja, muss ich ein bisschen gucken. Da haben wir leider nicht sonderlich viele Items. Jutti, das war es mit dem kleinen Invaste-Video. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020